So liebe Fußballer, eine weitere Schnelligkeitsübung. Das einzige was ihr benötigt ist ein Teraband und eine kleine Erhöhung. Das Teraband einfach oberhalb der Kniegelenke befestigen. So, ich mache die Bewegung einmal kurz ganz langsam vor. Stellt euch vor die Erhöhung. Rechts rauf, links kommt nach. Rechts rauf, links kommt nach. So, das Ganze wie immer richtig schnell. Auch wieder anstrengende Übung, wie immer. Ich empfehle euch hier 10 Sekunden mit Band, dann das Band abnehmen, kurze Pause und nochmal 8 Sekunden ohne Band maximales Tempo gehen. Das Ganze 4 bis 5 Wiederholungen davon. Viel Spaß Leute bei dieser Übung. Bis bald, euer Lars.